Hey Leute, wir sind wieder da. Ich kann mir auch leider kein Metallmesser und Axten mehr craften, uns fehlt jetzt Schrott. Hier ist nochmal ein Damaged Buggy. Repairn können wir nicht, wir können auch keine Leder herstellen. Also zerlegen wir die Bude wieder. Würde ich sagen, wenn das denn irgendwie geht hier. Salvaging, manche Sachen können wir salvagen. Height Blueprints, das ist das, was wir jetzt reparieren könnten. Können wir aber nicht. Zerlegen wir die Bude erstmal. Dismantle. Gummi. Fuel Cell. So eine Brennstoffzelle. Gibt es nochmal ein defektes Barrel. Ich weiß auch noch nicht, was wir damit machen. Uns fehlt echt Material, das ist gerade nicht so sehr durchsichtig. Wir müssen selber einfach ein bisschen rum experimentieren. Wie gesagt, ich bin nicht gespoilert oder so von anderen Videos. Ich will das auch gerne selbst. Das ist einfach auch ein Anreiz an einen selbst. Ich will das einfach selber irgendwie mal rausfinden. So, jetzt haben wir die ganze Bude zerlegt. Sehr schön. Gebrochene Leiterplatten. Können wir erstmal Leiterplatten mit herstellen wieder. Kabel herstellen. Sehr schön. Aber es nützt uns nichts. Achso, Salvaging hat er gesagt. Wir haben Hunger. Wir haben hier noch ein bisschen Fleisch gebraten gehabt. Ich hoffe, ich habe das mitgenommen. Natürlich habe ich es nicht mitgenommen. Scheiße. Nutritional Balance achieved. Ah ja, das reicht erstmal. Ja, mit der Kniffte habt ihr ja gesehen. Die ist irgendwie kaputt. Bloodly Force. Wir sind immer noch auf der Suche nach Alu, nach Messing. Äh, ja. Ne, Messing nicht nach. Was war's denn? Da steht's doch. Ah ne, wir brauchen Messing haben wir. Wir brauchen für den Bronze Waren. Brauchen wir noch, äh, Aluminium. Wir müssen Schwefel finden. Oh, Sulfur. Hier haben wir Schwefel. Ja, sehr cool. Siehste, haben wir das schon mal durch. Schwefel. Müsste sich jetzt die Biome halt nochmal merken, ne? Nitrogen geysiert. Das kann man wahrscheinlich mit so einem Faszien einfangen. Die Performance ist irgendwie immer noch schlecht gerade. Haben wir noch, das ist nur ein Wasserballer haben wir noch mit. Okay. Boah. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen Schwefel mit, Leute. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Schwefel mit, Leute. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Schwefel vor. Das ist gerade richtig mies hier. Naja. Wir überstehen's schon. FPS kommt mir gerade eh nicht drauf an. Weil Kämpfen ist, äh, spielt keine Rolle. So. Das heißt, wir brauchten... Scheiße, dass man hier nicht sehen kann, was ich für diese Rohstoffe für den Bronzebacken noch... ...Bronzebacken noch bräuchte. Haut für Leder. Das ist also alles Schwefel hier. Nehmen wir noch ein bisschen mit. Führen brauchen wir noch. Was auch immer dieses Führen ist. Das ist nicht Silber. Silber hatten wir schon. Schwefel haben wir halt jetzt einen Arsch voll mitgenommen. Wir laufen noch ein bisschen weiter. Boah, die Performance ist gerade richtig mies. Das ging eigentlich die ganze Zeit immer. Wundert mich, muss ich gestehen. Hier haben wir nochmal einen Mieneingang. Da müssen wir halt nochmal rein, Leute. Wird eh dunkel. Um zu sehen, ob wir vielleicht hier, äh, Alu und so ein Kram finden. Das ist jetzt der Alphamine Entrance A. Achso, je nach Gebiet, wo du bist. Der Bloodly Forest. Haben die ihre eigenen Miene schon mal nicht durchgezählt. Sondern fangen immer wieder von vorne an. Leute, wir machen hier mal kurz einen Cut. Ich bin gleich wieder da. Ich will mal hier irgendwie durchstarten alles. Ob das dann besser geht, ne? Hallo Leute, da bin ich wieder. Wir sind auch schon drin hier in der Mine. Und hoffen, dass wir hier mal Alu und sowas finden irgendwie. Und eine Batterie müssten wir uns irgendwie auch bald mal herstellen. Was haben wir denn hier noch zum Loten? Kupfererze. Können wir das mal stacken hier? Ne. Dann haben wir noch einen Diamants, sehr schön. Lithium nochmal. Silber nochmal. Sink. Okay, haben wir auch noch nicht. Batterien wäre ganz gut. Sonst kommen wir hier im Dunkeln nicht mehr raus, Leute. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Da kommen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr raus. Indominium wäre ganz cool, Leute. Eigentlich ein bisschen. Sag mal nicht, ob das hier vorne ist. Nicht so tief rein, Alter. Die Batterien müssen wir ohne. Nur im Auge behalten. Ich habe nämlich keinerlei Zeitgefühlerfahrungen, wie lange hast du noch, wenn das blinkt oder rot wird oder wie auch immer. Aber hier kommen wir, glaube ich, dann wirklich nicht mehr raus. Aber bitte gib uns mal Alu oder irgendwas weiter. Was haben wir hier? Lithium haben wir schon. Mercury haben wir schon. Kobalt können wir noch nicht. Gold haben wir ohne Ende. Wir brauchen erstmal das andere Kram, Leute. Was ist das hier? Magnesium brauchen wir noch. Gold. Ich glaube, das Magnesium kriegen wir dann scheinbar bestimmt die Schwefel draußen. Sonst hätten wir das in den Höhen schon entdeckt. In den Höhen haben wir irgendwie immer nur das Gleiche. Daher denke ich, dass wir hier auch gleich wieder raus können. Das E.N. Da müssen wir draußen noch Magnesium suchen, Leute. Das nützt alles nichts. Das ist mal wieder eine kleine Lovier, wie es aussieht, oder? Gold. Guck mal, hier hinkommen. Oh, die ist auch groß, wenn wir hier schon Gänge haben. Das gleiche Modell hier. Warum wohnen wir jetzt verletzt? Da haben wir nochmal einen Diamanten. Wasser. Drink. Und hier haben wir Magnesium. So sieht das aus. Vielleicht reicht das schon für so einen Barren. Das wäre natürlich ein Traum. Das ist bestimmt draußen zu finden. Wir müssen jetzt hier raus, Leute. Sonst kriegen wir hier echt ein Problem. Haben wir jetzt schon. Was bist du denn, ey? Ich weiß nicht, warum ich hier verletzt werde gerade. You are injured. Temperature low haben wir auch. Ist auch gut. So einen kleinen provisorischen Verband. Gibt nur hier, ne? Vital stabilized. Wie bist du? Hey, wir müssen raus. Hier ist nichts. Das Vieh ist wahrscheinlich da runtergeglitscht. Das ist alles leider hier kein Magnesium. Dann kommen wir wieder ganz woanders raus wahrscheinlich. Wir brauchen Magnesium, Leute. Nicht das, was wir schon kennen. Dann kommen wir noch. Dann kommen wir noch Kobalt. Gleiches Modell. Was haben wir hier noch drin? Diamanten. Sehr schön looten wir erstmal alles, ne? Dann haben wir hier noch Kupfer. Auch gut. Wir müssen uns beeilen, Alter. Vielleicht kein Licht mehr hier drin haben. Aufgrund von. Oh, also. Ist der Zug kaputt? Ist der Zug kaputt? Es wird uns den Zug kaputt gemacht. Oh. Und das patchen wir jetzt erstmal. Use. So, okay. Auch nochmal zum Looten. Oh, was haben wir hier? An der Batterie. Da kriegen wir doch nochmal. Ich weiß nicht, ob die Automat. Replace is depleted battery in Flashlight. Ah ja. Okay. Macht dann hoffentlich automatisch. Gehen wir nochmal Magnesium. Jetzt reicht es auf jeden Fall, Leute. So konnten wir das bisher nur looten. Können wir ein bisschen stacken hier. Die selben Sachen haben wir. Oh, das Gleiche noch. Sand könnten wir notfalls raushauen. Essen. Das ist Felsenkrammschale. Gebrochener Schlauch. Krammfleisch. Dann nehmen wir hier nochmal einen Diamanten mit. Dann haben wir hier Nickel. Das ist auch sehr cool. Boah, dann können wir wieder zurück, Leute. Dann stellen wir uns erstmal die Fort-Share. Dann sind wir schon mal wieder einen Schritt weiter. Die sind auch jetzt komplett. Im Inventar erstmal. Bei den Slots her voll. Ich hoffe, wir finden hier hinten auch nochmal einen Ausgang. Find a warm location. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon Einfluss auf unseren Dings hat. Minus 33 Grad auf unser Health. Keine Ahnung. Wie geht das hier? Hier. Nee. Hoffen wir mal, dass wir hier uns... Hier ist wieder ein anderer ausgang. Sehr schön. Wir sind bei Alpha rein. Da hinten geht es auch noch weiter. Kommen wir hier raus? Nee. Das ist eine geschlossene Tür. Scheiße. Das ist genauso aufgebaut wie die letzte große. Müssen wir hier auch nochmal weiter laufen. Moment. Jawohl. Wann? Tja. 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 Ich gucke ein bisschen musisch an. Dann kommen wir hier raus irgendwann mal wieder. Admin-Steuer hier. What's this? Gas explodiert wahrscheinlich. Können wir das dismanteln? Nein. Bitte lass uns nicht wieder umdrehen müssen. Sample. Open. Nimm alles. Hier ist aber nichts drin. Okay. Da ist immer Gold hinter. Aber Open ging eben nicht, oder? F Open Sample. Achso, das ist nur das Rack. Ja, gut. Ist nichts drin. Scheiße, Alter. Wir kommen hier nicht wieder. Nein, Mann. Ich will nicht noch mal zurück. Müssen wir aber. Na, hier geht es noch lang. Da geht es noch lang. Wir müssen ja raus wieder, Alter. Du hast ja keine richtige Map hier, wo du siehst. Du kannst hier gar nichts machen. wo du reingekommen bist. Irgendwie das mit aufgezeichnet wird, wo du dich hier in den Höhen rumtreibst. Eine Chance? Echt nicht? Im Ernst? Na gut. Weiter geht's. Na gut. Weiter geht's. Vieh, oder? Was hat hier gewartet auf was? Alien hide nehmen wir mal nicht mit. Gute Axt. Fleisch. Dammfleisch müssen wir dann in der Küche wahrscheinlich machen. Bisschen raus hier Leute. Hm. Das ist alles hier nicht zum Abfahren leider. Ich hätte gehofft, dass das mal hier Magnesium läuft. Irgendwas ist. Das finden wir dann wahrscheinlich draußen. Höchstwahrscheinlich sogar. Denn hier drinnen, in allen Höhen haben wir es bisher nicht gefunden. Von daher vermute ich einfach mal, dass es wie Schwebel irgendwo dann draußen zu finden ist. Irgendwie mal weiter Leute. Verlaufen. Ohne Map. Ohje. Ohje. Keine Ausdauer. Wir werden ja unseren Start hier wieder finden. Die Tür war glaube ich auch verschlossen. Ja. Ich hoffe das sind keine Bugs. Nicht, dass die nicht mehr aufgehen. Bis zum Anfang zurück. Mal gucken. Ich werde das bestimmt schneiden. Diesen Run hier zurück. Hier ist noch so ein kleines Drecksviech reingeglitscht. So klein ist es gar nicht. Hier waren wir irgendwie noch nicht. Trinken. Und stacken wir hier. Was haben wir hier? Diamente. Oh ich gucke mal woanders hin. Dann haben wir hier nochmal Lithium. Und dann haben wir hier nochmal Zinn. Da hat man es nicht auch hier schon irgendwo gerade. Nehmen wir aber mit. Da fehlt erstmal irgendwas anderes hier. Ja. Wasserbehälter hier. Wir haben noch genug. Kobalt gibt es halt noch hier. Ja. 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 Roland. Hier ist eine Tür. Ich glaube hier sind wir reingekommen. Keine Stamina mehr. Weh. Da würde ich mich rollen hier. Gut. Wir sammeln hier gut Krams. Das ist. Oh hier haben wir nochmal Führen. Dann können wir jetzt auf jeden Fall. Dings herstellen. Fuck. Alter. Können wir jetzt auf jeden Fall. Die Forge herstellen. Können wir jetzt auf jeden Fall. Können wir jetzt auf jeden Fall. Können wir nochmal stacken. Ne ne. Zack. Wir lieben das einfach. Mach. Ach jetzt sind wir hinter diesem Raum. Mit Gold. Okay. Ja super. Wir wollen auch hier noch raus. Was ist das denn hier für eine Höhle? Ohne Map ist das echt bescheiden. Ah ja. Jetzt haben wir eine Lootbox. Diamant nehmen wir natürlich noch mit. Trinken nochmal. Auch noch eine Lootbox. Nochmal Diamant. Und dann haben wir hier nochmal Gold. Weg hier Alter. Wir müssen hier weg. Leute. Ich will hier raus. Sackgassen. Ich flippe aus. Dann war das vorhin schon eine richtige Tür. Die einfach nur nicht aufging. Die ist auch leer. Racks. Das heißt die können wir wahrscheinlich später selber mal bauen. Ganz großes Kino. Okay Leute. Nach langem Suchen kam ich nicht mehr raus aus der Höhle. Das war mir dann ein bisschen stutzig. Davon ab, dass du ohne Map eh schwer sich da zurecht findest. Aber so ein bisschen Sinn habe ich noch. Und durch Zufall wärst du irgendwann auch wieder drauf geschossen. Ich habe mich dann einfach mal. Also alle Türen mal verschlossen. Wenn ich mal welche fand. Dann habe ich mich dann einfach ausgelockt. Wieder eingeloggt sozusagen. Und anschließend konnte ich dann auch die Türen wieder öffnen. Ich habe schon fast wahnsinnig gewohlen. So jetzt werden wir zurücklaufen. Was ist das? Grab Shrinks. Jetzt werden wir zurücklaufen in unsere Base. Und werden dann uns um die Forge herstellen. Dann sind wir wieder den Mission Fortschritt weiter. Denn wir haben jetzt soweit alles looten können da drin, was wir brauchen. Was ich aber noch nicht weiß, ist wo wir Magnesium wirklich farmen können zum Beispiel. Ich glaube zumindest, dass wir jetzt alles haben. Der hat auch das Rezept wieder zurückgesetzt schon mal nach dem Neuladen. Also es ist links gerade nicht mehr sichtbar. Der Marker auf der provisorischen Base sitzt. Und wenn wir jetzt schlafen, ist es auch gleich wieder hell. Und wir müssen hier mal gehen. Ich habe auch keinerlei Werkzeug hier, gar nichts mehr. Oh, jetzt ist der Anzug durch die Stacheln wieder kaputt gekommen. Und wir werden angegriffen. Und ich glaube, wir müssen flüchten, denn ich habe keine funktionierende Waffe mehr. Die machen dann halt irgendwie keinen Schaden mehr halt. Kannste drauf kloppen, wie es blöde. Patch Suit, ja, machen wir jetzt. Noch einmal. Hier sind wir doch schon an die Dings. Aber hier müsste ich noch Fleisch liegen haben. Die verfolgen uns, die verfolgen uns. Jetzt werdet ihr das gleich sehen. Können wir hier erstmal ein Spawnpoint setzen? Ja. Ein bisschen Axt, ein bisschen Axt können wir uns noch wehren. Aber die ist auch gleich kaputt. Oh jetzt wird das nichts mehr wehren. Ne, wir sind... Eins ist schon mal tot. Jetzt machst du nichts mehr hier. Deswegen leben die ewig. Da kommt noch was Großes. Ich würde sagen, wir lassen uns hier immer eben töten. Das bringt uns aber auch nicht weiter, weil wir haben keine Waffen. Und wenn die jetzt hier immer noch sind... Wäre das echt scheiße. Die sind einfach nicht tot jetzt, ne? Das ist halt blöd, ne? Ich habe eben alles in der Höhle kaputt machen müssen, weil da auch immer die Viecher kamen. Die sind bestimmt noch hier, oder? So, wir machen erstmal einen Drop hier. Jetzt mal den kaputten Scheiß droppen. So. Jetzt pennen wir hier eine Runde. Sechs Stunden, mal gucken. Ich habe das Vieh eben schon gehört. Notwärts müssen wir versuchen, uns irgendwie ein Steinmesser wieder zu craften. Und, äh ja. Das Vieh dann irgendwie... Ne, da ist es. Um die Flucht zu schlagen. Dieses Krabbentier. Es wartet, bis wir ausgeschlafen haben. Ist aber nett von ihm. Wir laufen jetzt hier erstmal von der Base weg. Batterie habe ich inzwischen auch schon gewechselt. Bleibst du da hinten? Können wir hier mal schauen. Wir brauchen... ...das hier noch, ne? Und dafür brauchen wir mal Tücher. Warum geht das nicht? Es stellt nichts mehr. Oh, das ist doch eine Katastrophe hier gerade wieder. Das ist erstmal ein bisschen weg hier. Wir haben nichts. Wir haben jetzt irgendwie gar kein Werkzeug mehr. Die Schnellleiste müsste mir mal eingeblendet werden. Ah. Es spawnt ab und zu scheinmal wieder Stuff drin. Woher auch immer. Drink. So. Warum könnte ich jetzt hier keine Tücher herstellen? Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Wir haben noch hier Fasern. Und wir hatten auch noch Tuchbündel. Was macht man damit? Split. Oh Leute. Ich kann mich da drin erwischen. Das ist natürlich auch super. Unsere viralen Werte droppen. Ich weiß nicht wie lange uns das Viech verfolgt. Ich kann auch nicht jetzt sprinten, weil wir halt begrenzte Ausdauer noch haben. Ich würde ja gerne irgendwie mal sowas herstellen. Wie hatten wir das am Anfang ohne Waffe gemacht? Da hatten wir ein Messer dabei. Wie kriegen wir jetzt hier Büschels ab? Oh, das verfolgt uns aber hartnäckig, ne? Das müsste uns jetzt eigentlich aus den Augen verloren haben. Keine Ausdauer mehr. Können wir hiermit irgendwas machen? Kriegen wir hiermit irgendwas raus? Use Shared Klinge. Use Row. Ja, wir haben keine Axt hinten. Das gibt's doch nicht. Leute. Also wir kommen doch erst in der nächsten Folge zu unserer Forge, wie ihr seht. Ich kann ja nicht mal ein Werkzeug hier aus der Hand legen. Wollt ihr mich hier verarschen? Das Ding ist im Eimer. Ich flippe aus. Können wir da unten noch irgendwas wegholen? Die läuft aber auch akkurat hier, ne? Naja, ihr sollt ja auch einen Eindruck von dem Spiel hier kriegen, ne? Und, äh... Es ist gerade wieder richtig abgefuckt hier. Irgendwo, wo das Vieh uns nicht erreicht. Was kommt hier her, ne? Waren wir klar. Das Skiluft einfach mal hinterher, oder? Oh ja, klaro! Tja, ich habe keinen blassen Dunst, Alter. Wie wir das hier los werden. Vor allem, wie ich mal wieder hier Messer craften kann. Chromium. Ja, ich habe keinen blassen Dunst, Alter. Warum steht da keine Tücher her? Wir haben doch da unten Fasern. Nein. Wir suchen keine Medical Assistance. Gehen wir nochmal drauf. Ich würde wegen meine Truhen gerne leeren. Chromium gibt es hier ohne Ende, Alter. Wir können jetzt ohne Werkzeug scheinbar nichts mehr machen. Bedeutet, wir müssen an die Werkbank irgendwie drin. Jetzt kommt nicht im Endeffekt, das Vieh nicht los. Ich lasse mich jetzt hier irgendwo anders töten und dann haben wir Ruhe. Dann hoffentlich spottet das uns nach und wieder aufstehen nicht. Hier, so lassen wir uns jetzt killen. Ich kann doch nichts aus der Hand legen. Jetzt ist es weg, oder was? Das ist doch immer das Buggy, Alter. Haben wir keine Slots frei? Ist das das Problem? Nein. Wir haben doch hier irgendwo noch ein Lerns. Deswegen macht er nichts. Okay, das ist die Ursache, wie es aussieht. Warte mal. Wir brauchen einen Lern-Slot. Jetzt robben wir mal die scheiß Fässer. Jetzt geht es auch. Warum kriegen wir da keine Info? Weil es Early Access seit 100 Jahren ist. So. Die können wir aber trotzdem nicht bauen. Wir brauchen dafür noch die blauen Bären. Die könnten da dran liegen. Aber wir haben ja nichts zum Farmen. Ich muss jetzt mal unseren Kram loswerden. In dem Ding hier können wir auch nichts machen. Ich wüsste, ob wir hier irgendwie... Du kannst doch nicht die Fäuste in die Hand nehmen. Wir nehmen jetzt die Knifte in die Hand und schmeißen die hier hin. Drop. Jetzt haben wir endlich mal nichts in die Hand. Können wir irgendwie boxen? Du kannst ja hier nicht mal boxen, wie es aussieht. Nein. Pflücken. Scherklinge haben wir nicht. Boah. Das ist ja gerade Performance ohne Ende. Okay. Wir müssen an unsere Werkbank dran. Pick up. Weil ich habe keinen Slut frei. Das ist ja gerade kein Slut frei. Das ist eine Rotze, Alter. Das Mac hier drauf ziehen. Wir haben nochmal einen Barrel. Das ist aber heiler. Hier sind mal Kabel. Die können wir doch stacken. Zack. Boah, ist das eine Scheiße, Leute. Wir müssen jetzt da hoch und hoffen, dass das Vieh nicht mehr da ist. Und wenigstens mal die Werkbank unsere Dings leer machen, Leute. Aber wo soll es denn sein? Es ist ja nicht einfach verschwunden jetzt hier, oder? Dann sind wir schon wieder durch mit der Folge, Leute. Wenn wir dann in der nächsten Woche weitermachen. Irgendwie... Ach, das ist nicht wahr, Leute. Verpiss dich. Zwei. 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 Ich will hier irgendwie... Ich hoffe, die zerstören hier nichts. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen was leermachen. Jetzt müssen wir hier schon mal ein bisschen... Stacken hier. Wir tun jetzt nochmal was. Das nehmen wir hier rein. Das nehmen wir da rein. Das nehmen wir da rein. Okay, Leute. Ich mach mich hier noch leer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Oder auch in die Linke. Du bist, und du bist. Nochmal. Du bist.